Du arbeitest an einem Bildungsmaterial, das du mit anderen teilen möchtest und fragst dich, was dabei rechtlich relevant ist? Genau für diese Situation haben wir in der HU an der HAW ein Tool entwickelt, mit dem du genau das überprüfen kannst. Es handelt sich um den Rechtslotsen OER-Produktion. Er basiert auf der Software H5P und navigiert dich durch rechtlich relevante Fragestellungen, die einfach aufkommen können. Wenn du beispielsweise Folien veröffentlichst, dann hast du vielleicht Fragen zur Bildernutzung oder Zitierfreiheit. Wenn du hingegen ein Interview machen möchtest, willst du vielleicht wissen, wie die passende Einwilligung dafür aussehen muss. Oder du hast Fragen zur CC-Lizenzierung oder zum Datenschutz und so weiter und so fort. In etwa 20 bis 30 Minuten bist du durch mit den Fragen und weißt danach sicherlich einiges mehr über die Fragen, die relevant sein können. Probier es aus!